Ja, hallo und herzlich willkommen, ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und zu einem kleinen Notfall-Handy-Video, kann man mal so sagen. Ja, ich bin hier an meinem Schreibtisch, hier, und ja, wollte nur mal ganz kurz mal was mitteilen, nämlich zum einen das Berlin-Video von gestern war ich da, Samstag, das kommt leider erst am Montag raus, weil ich bemerkt habe, das ist ein sehr großes Mammutprojekt geworden und ja, ich habe da jetzt den Vormittag dran gesessen und habe mir gedacht, ich mache jetzt mal den Nachmittag frei, weil immerhin ist es Sonntag und ja, da kann ich mir schon ein bisschen was, ein bisschen Ruhe geben, dachte ich mir und ja, da werde ich mich dann morgen wieder da ran setzen und das Berlin-Video zu Ende fertigen. Geschnitten ist es schon, also das ist schon bald fertig. Ja, ähm, muss mal gucken, wie das wird, es wird vielleicht ein bisschen problematisch, weil ich habe jetzt, ich glaube, drei Videos auf Reserve, also stehend, noch nicht abgefertigt. Zum einen ist das das Berlin-Video, was jetzt noch nicht abgefertigt ist, was morgen dann noch rauskommt. Zum zweiten ist das hier Lego City Undercover, da habe ich irgendwann Donnerstag oder Freitag, habe ich da mal ein Part von gedreht, das wollte ich auch noch hochladen, habe ich nicht geschafft, wegen der Berlin-Fahrt und wegen der Vorbereitung dazu. Joa, dann war da noch ein paar zu random Let's Play, das habe ich eigentlich schon hochgeladen, aber es, ja, es hat irgendwie nicht geklappt, also es ist irgendwie, ja, der Upload ist irgendwie flöten gegangen. Okay, also wer meinen Livestream gesehen hat, meinen zweiten Livestream, das muss, ähm, letzte Woche irgendwann, also vor ein paar Tagen, da habe ich einen Livestream gemacht und dort habe ich das dann auch hochgeladen, während des Livestreams. Ja, und das ist nicht ganz so gut gelaufen, also, habe ich da schon mal die drei Sachen auf dem Buckel und dann kommt noch, ab Montag beginnt ja die Hobbit-Woche, da habe ich dann vor, jeden Tag ein Hobbit-Let's Play hochzuladen, also ein Let's Play Lego der Hobbit, ja, und vier Let's Plays morgen an einem Tag, hm, ich kann nicht versprechen, dass das was wird, aber ihr werdet ja sehen, ob da was, was da kommt und ob was kommt und ich denke, die Berlin-Fahrt wird so gegen 14 Uhr, ich kann nichts versprechen, aber, ja, so in dem Dreh wird es vermutlich hochkommen, dann werde ich dieses Random-Let's Play, das werde ich auf jeden Fall noch irgendwie organisieren, vielleicht kommt das aber schon vorher, irgendwann um, kann ich auch keine Zeit sagen, das ist, ich weiß nicht, müsste einfach mal gucken, das ist, ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, ja, ich kann auch mal zeigen, ich habe hier jetzt die Sommertour ja beendet und, ja, da haben sich einige Karten angesammelt, da habe ich, ich war ja hier, habe in jeder Stadt eine Karte besorgt, eine Ansichtskarte, ja, in Magdeburg habe ich angefangen, hier habe ich gleich eine Ansichtskarte gekauft, das ist in dem ersten Video zu sehen, in der zweiten, die zweite Stadt war dann Wolfsburg, auch eine hübsche Ansichtskarte, so, Sangerhausen war ich dann auch, die Rosenstadt Sangerhausen, guckt es euch an, sind gute Videos, na, einige sind ein bisschen schlechter geworden, aber insgesamt ist das Projekt gut gelaufen, hier in Lutherstadt in Wittenberg war ich auch, dort an der Schlosskirche sogar, ja, könnt ihr euch reinziehen, in Thale war ich auch, hier ist auch eine schöne Ansichtskarte hier, und jetzt als aktuell, ja, noch diese Woche war ich in Halle, Halle an der Saale, das war auch ein einigermaßen gutes Video, ja, es ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber gut, das war meine erste Sommertour, also, ne, das ist mir nicht ganz übel, und hier habe ich zwei Karten aus Berlin, hier einmal mit dem Brandenburger Tor drauf, und noch ein paar Sehenswürdigkeiten, die ich nicht besucht habe, und hier eine große Karte mit, ja, Berlin, hier ist das Brandenburger Tor, dort war ich, hier ist das, ups, das Recht, äh, das Bundeskanzleramt, hier, hier die Siegessäule, ja, Madame Tussauds ist es nicht drauf, aber, gut, da habe ich ein paar Karten gesammelt, äh, jetzt hat sich das Licht verändert, aber gut, das Video ist hier gleich vorbei, ähm, ja, die könnt ihr jetzt gewinnen, oder ne, hat sich schon wieder geändert, wäre eine gute Idee, aber die will keiner gewinnen, ähm, ja, gut, haut rein, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, und, ja, dann sehen wir uns eventuell morgen wieder, in, ja, in einem der Videos, und, ja, verzeiht mir meine kleinen Partzeugchen, ich gebe mein Bestes, dass das alles klappt, und, ja, bis dann, ciao, ciao.